Warum ich von Liquid Lidschatten, also Flüssig Lidschatten, so begeistert bin, ich zeige dir warum. Liquid Lidschatten lässt dich super leicht mit dem integrierten Applikator auftragen. Einfach auftragen, verblenden, fertig. Du brauchst darunter keinen Augenprimer, der ist wasserresistent und er setzt sich nicht in den Falten ab. Auch nicht bei Schlupflid. Deswegen mein absoluter Lieblingslidschatten, wenn es schnell und einfach gehen muss. Du siehst, man kann ihn auch anders verwenden. Je nach Nuance kannst du ihn auch zum Beispiel als Rouge nutzen. Ich habe ein bisschen viel erwischt. Kein Problem, einfach deinen Foundationpinsel nehmen, mit dem du vorher dein Make-up aufgetragen hast und ein bisschen verblenden. Und ja, du siehst richtig, ich nehme ihn auch als Lippenstift. Allerdings, er ist wasserresistent, das heißt, er trocknet ab. Vielleicht mit Lippenbutter kombinieren. Jetzt nutze ich noch eine weitere Farbe. Noch ein Vorteil an den Liquid Lidschatten, du kannst sie alle miteinander kombinieren und sie lassen sich super schön verblenden. Hier jetzt in so einem schönen braunen Glitzerton. Wieder aufs Augenlid aufgetragen und schon habe ich einen schönen Look. Ja, braun nutze ich auch direkt für ein leichtes, simples Contouring. Auch das funktioniert einwandfrei mit den Liquids. Also, viel schneller geht's ja gar nicht. Und deswegen liebe ich die so. Du kannst alle Farben kombinieren, gibt's in mehreren Horsen. Sie sind wasserresistent, setzen sich nicht in den Falten ab und lassen dich direkt frischer aussehen. Mascara darf natürlich auch nicht fehlen und fertig ist mein Tageslook. Viel Spaß! Bis zum nächsten Mal.